Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Modded Minecraft mit dem Modpack Recrowth. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, sind unsere Redstone, Glowstone und Lapis Lazuli Seeds schon ein gutes Stück gewachsen. Die Redstone und Glowstone Seeds haben es sogar schon einmal rund geschafft. Es sind also schon bei Werten über 5 angekommen. Jeweils 5, 4, 8 und 4, 7, 6. Und unser Lapis, der braucht ein bisschen länger, der ist fast beim Durchlauf der ersten Runde angekommen. Nichtsdestotrotz sollten wir es natürlich bis zur nächsten Folge geschafft haben, die 3 Seeds hier auf 10, 10, 10 zu bringen. Apropos Seeds, wir möchten natürlich noch die beiden fehlenden Seeds herstellen. Hallo. Wir hatten ja in der letzten Folge noch nicht den Diamond und Emerald Seed machen können, weil wir nicht genug Rune of Winter hatten. Hier habe ich jetzt nachproduziert und wir sehen, der einzige Unterschied zwischen dem Emerald und dem Diamond ist tatsächlich wirklich nur die Essence hier. Ansonsten sind die Rezepte sehr schön gleich. Und falls sich jetzt jemanden gewundert hat, warum es hier so ruhig ist und weshalb wir hier so schöne viele FPS haben, ja das liegt ganz einfach daran, weil die Mana Farm verschwunden ist. Und wo ist die Mana Farm hin? Naja, der Reihe der Mana Splatter folgend landen wir irgendwo da hinten im Wasser. Ich habe die Mana Farm nämlich einfach mal nach da hinten verlegt, habe mir 10 Potion of Night Vision und 10 Potion of Water Breathing gemacht und bin dann ein bisschen im Wasser herum geschwommen. Einer habe ich noch übrig, damit kann ich euch dann zeigen, wie es da unten aussieht. Also einmal die hier, blub, und einmal die hier. So, jetzt sehen wir auch was. Also, ich habe das einfach wie gesagt hinten abgebaut und hier nochmal aufgebaut. Oh Gott, dafür sind jetzt meine FPS hier im Keller. Netterweise ist mir dann, na bist du wohl hoch? Komm, hoch mit dir. Netterweise ist mir dann aufgefallen, dass der Aufbau, wie wir ihn an Land haben, hier gar nicht mal so gut funktioniert. Denn die Hydroangeas ziehen sich das Wasser dann einfach von hier hinten. Und dann habe ich mir gedacht, ja dann verbessern wir eben den Aufbau ohne Glaswände und produzieren das Ganze dann da hinten nochmal. Da habe ich nämlich die Mana Versorgung für unser zukünftiges Elfenportal aufgebaut. Einmal hinschwimmen, da dürfen meine FPS noch mehr im Keller sein, denn hier geht es ein ganz schönes Stück runter. Und ihr seht, ich habe wirklich bis ganz nach unten die Hydroangeas platziert. Das Mana kommt hier nach oben, wird in einem fliegender Creeper, wird in einem Pool gesammelt und wandert dann nach hier oben zu unserem zukünftigen Elfenportal. Zukünftig wohlgemerkt, denn es fehlt ja noch ein klein wenig etwas an Vorbereitung. Oh Gott. Hallo und willkommen zurück FPS. Jetzt bin ich weit genug weg. Das Elfenportal soll hier hin. Hier vorne habe ich schon unsere Terrestrial Agglomeration Plate vorbereitet mit den 5 Living Rugs. Doch bevor wir die Craften, da sind schon alle Zutaten drin, bevor wir die Craften, möchte ich noch schnell die, zumindest mal die Diamonds produzieren. Also die Essence hier drauf, dann das Glas, die Rune of Earth, die Rune of Winter, Essence Seeds, eine Mana Perle und dann sollten wir, halt ein, zwei, drei, vier Strong Essence und dann sollten wir soweit sein mit dem Diamond Seed anzufangen. Bam, 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 bam. So, und während der sich füllt, werfen wir hier, gekonnt, den Living Rock drauf. Sehr schön. Also, okay, das dauert noch ein bisschen. Das Problem ist, weshalb ich das jetzt machen möchte, wir benötigen gleich, um unser erstes Terra Steel Ingot zu machen, schon einen Mana Diamond und den Mana Diamond bekommen wir aus, Moment, den Mana Diamond bekommen wir aus einem Diamanten natürlich und den Diamanten bekommen wir aus einem Diamanten. Das heißt, wir dürfen jetzt erst mal zusehen, dass wir den Seed hier schnell anpflanzen und dann nach Möglichkeit da acht Diamond Essence rausbekommen, also plopp. Und da stoßen wir dann eventuell an die Möglichkeiten meiner Vorbereitung. Wir erinnern uns, die Seeds wachsen nur mit diesem Magical Fertilizer und den vorzubereiten, das ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Ich habe mal 34 Stück vorbereitet und ich hoffe, dass wir das mal kurz umsortieren, dass wir mit den 34 zu Rande kommen, also wir brauchen mindestens acht Stück. Okay, das sieht gut aus. Wenn ich da pro zwei Fertilizer eine Essence rausbekomme, sollte das reichen. Perfekt. 6, 7 und 8. Perfekt. Dann geben wir nochmal einen Stups und dann kann er sich gleich anfangen zu vermehren. Zu vermehren und zu mutieren. Da haben wir gar nicht so viel Fertilizer gebraucht, wie ich schon befürchtet hatte. So, und wo werfen wir den Diamond rein? Äh, nee. Nee. Ja, gut, dann da rein. Zu dem Redstone und dem Clawstone und dem... Nein, gar nicht, war zu dem Redstone und dem Lepers. Hepp. Ein Diamond. Das speichern wir uns. Zack. Den Clawstone habe ich hier hinten bei dem Nesa-Zeug verbraten. Clawstone. So, jetzt können wir den nämlich hier rein tunken. Kommt dann ein Mana-Diamond heraus und können mit diesem Mana-Diamond und allem, was hier in der Kiste ist, nach oben gehen, sobald wir die Terrestrial Agglomeration Plate gecraftet haben. Ihr seht hier, ich musste schon drei Lepersblöcke hierfür vorbereiten. Rune of Fire, Rune of Air, Rune of Mana, Rune of Earth, Rune of Water. Alles kein Problem, hatten wir genug von. Block of Mana Steel war auch kein Problem. Wir brauchen nochmal vier weitere Lepersblöcke, um unsere Terrestrial Agglomeration Plate hier oben zu vollenden. Also, denn die Platte an sich kommt hier drauf und die ist aber dann erst fertig, wenn wir die vier Lepersblöcke hier noch drum herum setzen. Und in unserem schönen Lexica Britannia steht drin, man sollte diese Platte nicht mit normalen Spreadern mit Mana versorgen, sondern hier mit, mit einem Spark. Dann hoffe ich, dass der Spark diesmal wenigstens funktioniert. Und ein Terra Steel benötigt einen halben Mana Pool voll mit Mana. Und wir sehen hier, der hier ist ein Viertel voll, über ein Viertel voll und der hier ist über ein Viertel voll. Und jetzt hoffe ich, dass der eines Spark hier aus den beiden Pools sich jeweils ein Viertel zieht, was dann ein halber ist. Also mal Daumen drücken, dass das so funktioniert. Den da drauf und den da drauf und ja, genial, das funktioniert. Hält euch das mal vor, einen halben Pool Mana braucht ein so Ding. Und jetzt machen wir uns da draußen Rüstung. Yay, Terror-Stil, Terror-Stil, Terror-Stil. Denzer in the dark. Okay. Feuerwerk. So, was machen wir jetzt damit? Wie gesagt, ich werde mir sehr wahrscheinlich sehr viel Zeit nehmen müssen, um die restlichen Terror-Steel jetzt zu craften. Denn der Pool hier ist jetzt leer. Bis wir da nochmal ein neues Terror-Steel craften können, das dauert ein bisschen. Das hier können wir nachher abbauen, das brauchen wir jetzt nicht. Ich werde jetzt noch meinen Emerald Seed produzieren. Zip, 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 zip. Also Essence drauf, den Seed drauf, das Glas drauf, die 4 Strong Essence drauf, eine Mana Pearl, eine Rune of Winter. Und das müsste gewesen sein. Ah, was fehlt jetzt schon wieder? Oh, die Run of Earth. Die hat sich in meinem Elemental versteckt. Den Living Rock noch oben drauf. Zack. Und während wir jetzt hier drauf warten, können wir nochmal kurz in unser Lexika Botania schauen. Denn wir wollen uns aus dem Terror-Steel ja nicht nur eine Rüstung craften. Nein, wir können da ja auch den Terror-Steel für das Portal benutzen. Denn für unser Elfen-Gateway brauchen wir einen Terror-Steel-Ingot und 8 Living Wood. Die 8 Living Wood haben wir noch da unten rumfliegen. Zack. Also Living Wood, ist meine Nitrogen eigentlich noch aktiv? Ne, okay. Äh, 8 Stück. Zack, zack, zack. Hab mich gerade gewundert, warum es hier unten so hell ist. Also, die 8 Stück plus ein Terror-Steel. Meine Güte, war das teuer. Zack, 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 zack. Das kostet uns jetzt ja zum Glück nur Zeit. Elfen-Gateway-Core, denn alles andere sind ja quasi nachwachsende Ressourcen. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz in mein Büchlein schauen, wo denn der Elfen-Gateway-Core hinkommt. Der ist nämlich auf der nächsten, nein, auf der übernächsten Seite ist der beschrieben. Make a Frame of Living Wood. Add Glimmering Living Wood. Und der Core kommt dann quasi, äh, 3 nach hinten. Also hier, 1, 2, 3, der kommt dahin. So. Da so ungefähr, ne? Okay. Zack. Jetzt können wir unseren Emerald Seed noch fertig craften. Und zack. Emerald Seed. Oh, da können wir uns auch noch die Belohnung für die Quest abholen, ne? Also auch nach hinten. Den müssen wir jetzt nicht züchten. Den müssen wir jetzt nicht von Hand züchten, der kann einfach so ganz normal wachsen. Was wir aber tun können, ist, ähm, das Portal soweit fertig machen. Das sollte man nämlich jetzt eigentlich hinbekommen. Ein wenig Zeit ist ja noch. Ich nehme mal das ganze Living Wood hier mit. Dichter. Dankeschön. Dann auch den Glowstone für die beiden, nein, drei sind es glaube ich, Glimmering Wood Dingers da, haben wir. Für die Glimmering Living Wood, die sollten wir auch haben. Also 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hep. Sekunde. Nehmen wir gleich alles mit, was wir brauchen. Ich hatte gesagt, den Glowstone haben wir hier. 1, 2, 3. Mal schauen, ob das so stimmt. Also 1, 2, 3. Und 3 ergibt Glimmering Living Wood. Sehr schön. So, da kommst du dahin. Du dahin. Und dann sollte unser Elven Gateway soweit schon stehen. Und das einzige, was da noch fehlt, sind diese Pydonen, die wir auf die Mana Pulse stellen müssen. Also, du kommst dahin. Du dahin. Dahin. Und dann, oh das ist die falsche Axt. Den nochmal weg. Und den nochmal weg. So, Glimmering Wood. Glimmering Wood. Und wie komme ich jetzt da oben drauf? Ah. So. Und so. So. Wobei der wieder weg muss. Dankeschön. Der kann auch weg. Und. Ab. 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 Da wollte ich eigentlich hin. Na. Wo ist es hingefallen? Da ist es. Den noch weg. Und wenn wir den letzten Living Wood hier reinsetzen, sollte das Portal eigentlich soweit fertig sein. Können Sie das Ganze nochmal im Büchlein ansehen, ob das so auch stimmt, was wir hier gebaut haben. Also, 8 Living Woods sollte passen. 3 Glimmering Living Woods haben wir auch. Und den Gateway Core in die Mitte. Das Ganze von unseren Mana Pools aus mit zwei Feldern Platz. 1, 2 stimmt auch. In die Mitte der Mana Pools stimmt auch. Und dann fehlen wie gesagt nur noch die Natura Pylonen. Und die craften wir, indem wir. Hier steht ganz vorne. Genau. 2 Mana Pylonen mit einem Terra Steel Inget zusammen craften. Bekommenderweise zwei Stück raus. Und den Mana Pylonen, den machen wir wieder mit einem Diamond. Das heißt, da werde ich jetzt eine Mana Diamond. Da werde ich jetzt nochmal jede Menge Diamanten vorbereiten dürfen. Einmal für unsere Rüstung. Terra Steel kann ich auch gerade vorbereiten. Sonst sind wir da 100 Jahre, bis die Mana Pools nochmal gefüllt sind. Das dauert trotz meiner genialen Hydro-Angeas. Fahren wir doch relativ lange. Vielleicht sollte ich noch eine aufstellen. Okay. No mind. Ladies and Gentlemen. In dieser Folge habe ich es dann tatsächlich mal geschafft, in der folgenden Zeit zu bleiben. Wir sind unserem Elfen-Portal, unserem Alfheim-Portal ein gutes Stück näher gekommen. Es mangelt jetzt nur noch an jeder Menge Terra Steel. Und für den zu craften brauchen wir natürlich jede Menge Zeit. Ich denke also, bis zur nächsten Folge sollten wir das alles zusammen haben. Ich bedanke mich bei euch also recht herzlich, dass ihr bis zum Ende zugesehen habt. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ben. 1 2 2 3 Vielen Dank.